Ja, worüber sprechen wir heute? Man fragt sich ja, bevor man so ein Kongresspaket kauft, bringt mir das was? Wer spricht da überhaupt? Kann ich damit was anfangen? Und lass uns zwei, drei Minuten Zeit investieren für die, die das jetzt sehen. Was ist da drin für mich? Was hat euch selber vielleicht auch begeistert und wie kann ich das auch nutzen? Also was glaube ich unseren Kongress sehr auszeichnet ist, dass wir nicht nur auf die Prozesse und die Strukturen eingehen, die auch ein wesentlicher Bestandteil sind für Transformation, sondern auch auf die innere Dimension, auf die Dimension der Menschlichkeit, auf das, was die Menschen wirklich bewegt, also im wortwörtlichen Sinne bewegt. Eine Veränderung muss man sich bewegen, von einem Punkt zum nächsten. Und wir haben sehr viele Speaker, die das Thema bewegen von Menschen auf der emotionalen Ebene, auch auf der tieferen Ebene, auf der inneren Dimension mit berücksichtigen, neben Prozessen, Strukturen und Organisationsaufbau. Mhm. Von dich, für dich Michael, gab es da irgendein Highlight oder was? Wir vielleicht auch als Facilitator, vielleicht auch als Führungskraft, als Berater, Beraterin, was uns da interessieren könnte? Also mich hat dieses Mal auch wieder sehr interessiert, wie es diesen Menschen, also dieser Mensch, der die Transformation begleitet, leitet, wie es denen als Person geht. Also was macht das mit Ihnen, sich so hinzustellen, weil Sie meistens ja einer eigenen Einsicht folgen und diese Einsicht vielleicht noch nicht in Ihrem Unternehmen oder in der Gesellschaft da ist. Und das macht ja was mit einem Menschen. Und da haben wir dieses Mal ja auch Aktivisten deswegen und Aktivistinnen dabei. Und wenn man noch einer Katja Diehl zuhört, wie sie persönlich angegriffen wird, aber diese Idee einfach ganz intensiv verfolgt und wirklich das hervorragend aufbereitet und wirklich eine absolute Expertin, eine Mobilitätsexpertin ist und trotzdem angezweifelt wird. Oder was Emi von Bahlen, was die aufgibt, auch privat, um als Aktivistin tätig zu sein. Oder auf Unternehmensebene den Dr. Reckhaus, der sich fast zum Affen gemacht hat, könnte man ja sagen, in seiner Transformation am Anfang, wo alle ihn nicht ernst genommen haben, von dem Sektenvernichter zum Sektenschützer. Und das innerhalb eines Unternehmens mit Kunst begleitet und seine Verbände ihn ignorieren. In der Familie muss er das auch aufbauen, alles gemeinsam, dieses Neue. Also das fand ich diesmal ganz faszinierend, dass wir einige eben auch als Menschen in der Transformation jetzt gar nicht, was sie selber getan haben, sondern wie sie als Person das eigentlich verarbeitet haben. Das fand ich diesmal ganz spannend. Also wenn ihr davon mehr hören oder wir alle, wir sind ja auch dabei, wollt, dann schaut euch das Lighthouse Lab an. Beginn ist am Donnerstag. Der Link ist hier in der Beschreibung und vielleicht sehen wir uns da.